Egal, mir ist das wirklich Eisbergsalat drin, oder? Eisbergsalat ist ja wirklich Wasser in... Wasser. Da muss ein bisschen Rucola... Also dafür, dass du gerade frühstückst und eigentlich gar keinen Hunger hast... Ich hab übel Hunger! Hast du sehr viele Anforderungen hier an... Warte mal, viel bist du Support ja, ne? Jaja, aber ich bin Jungle. Okay. Ja. Mit 14 oder hast du dann mit 13? Alter, hab ich ihn hier für ne Knarre. Ich bin einfach Senna. Alter, Junge, geil! Ey Chat, Grüß euch übrigens, ne? Wir spielen FlexQ. Jo, Grüße! Wir können direkt, ich will direkt hier, ne? Bei mir laufen seit ungefähr 20 Minuten Sub-Gifts. Ich kann nicht polen übrigens, ne? Seit 20? Was ist das denn für ein weirder Flex, Alter? War das gerade? Oh, ab zu Rückzug, Rückzug. Wir kommen, wir kommen, wir kommen! Wir machen, wir machen, wir machen! Schaffen wir! Ich mach halt wirklich gar nichts. Hattet, 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 hattet! Das wird alles Noobs, Alter. Ich hab den Sondergeld. Ich konnte nix machen, ich konnte nix machen. Ich bin Midi. Ja, Phil ist wieder so, Alter. Achtung auf SignQ. Da geht noch was. Wo ist denn Johnny eigentlich? Sag mir das auch. Johnny hängt noch in der Shisha-Bar fest, glaub ich. Ich bin Top-Liner, was soll das? Ja, Top-Line kann reported werden bei sowas. Hey, ich bin auf dem Weg! Interrupten! Ja, ist interrupted. Ich nehm die Java hier. Der hat auch kein Assist, heils Maul. Oh! Oh, Phil hat geintet. Hä? Ich spiele das jetzt hier. Ist wirklich free. Pass auf die Pässe, wir haben eigentlich nur Assists bekommen, wie geil. Hier, der hat keine W, der hat keine W, hit ihn! Der FlexQ ist ja wild, Junge! Der hat das geile Shit. Geil, ich bin auch wieder drin. Ich bin es. Komm gleich, ich bin dann wieder da. Ich bin es! Oh, ich bin raus! Hit Kaiser! Hier ist noch was drin! Ich will junglen gehen! Guck mal, der geht auf mich, der geht auf mich! Hast du, Pius, hast du! Bleib dran, ich komm auch wieder! Egal, bleib dran! Hinterher! Da ist noch Flash! Du hast die P! Okay, das war ne wilde Nummer! So, also... Ich glaub, ich kann so nicht junglen, Alter! Lane ist gewonnen, danke, Pius! Sehr gerne! Aber wir haben Top-Lane-ahead, das ist alles, was wir wollten, ne? Ja, bester Spieler... Der 18-jährige Johnny hat zwei Kills! Damit ist das Game gewonnen! Ist ja auch kein Zufall, ne? War da direkt drauf? Direkt drauf, jaja, klar! Also, ich hol mir Level-3-Bot-Lane und dann siehst du mich nie mehr, ne? Also... Das fühl ich, das war... Oh no, der hat ja Level-2 schon! Vielleicht die Samar ist ein kleines bisschen erheblich! Ich hör hier gerade Crow-Featuring-Haftbefehl, was ist das denn für ne Mucke? Denk mal drüber nach! Okay, ich will die mit Q poken! Ja, ich muss mich so ein bisschen wieder einspielen in Vayne! Brauch ich zwei, drei Minütchen, und dann... dann ist die Abfahrt! Wir könnten halt auch direkt gegankt werden, irgendwie, ne? Ja, da hab ich auch schon Schiss vor, aber... Aber dann haben die halt den besseren Jungler, ne? Oh, ich wär den Faker! Ich starte mit zwei Kills, Alter! Du spielst gegen August-Stern-L, Junge! Kennst du den nicht, Andi? Das spielst du gar nicht! Du spielst gegen Hight-Au-Busch! Das ist wirklich Faker! Das ist Faker-Smurf! Meint ihr, wir können unten was machen, wenn ich roame? Ja, 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 ja! Aber nicht jetzt... Wir können die... Nein, nein, wir können die baiten, wir können die... Warte, ich setz ne Ping noch rein! Weil ich will nicht rein... Warte kurz, warte kurz! Ja, ja... Ich clear die, ich clear die! Ja, ja! Die engagen jetzt safe auf mich oder auf ihn? Du kannst... Komm jetzt, die haben committet, die haben committet! Die haben noch gar nichts committet! Ja doch, guck mal! Wow! Jetzt komm mit mal! Hast du hier mal was für die? Ja! Hier, hier, hier! Katja, Katja! Ja, ich... Vielleicht hat ja noch keine W, das hab ich nicht ganz mitbekommen! Ja, wie viel! Wie, ja, wie, was... Ja, wie, was... Ja, wie, was... Ja, wie, was, wo? Ja, wie, was, wer, wie, was? Ja, wer, wie, wo? Ich mein, Scrum? Können wir in der Bot irgendwas machen? Dive oder so? Ja, logisch! Komm lieber Mitte, das ist der Star-Spieler! Nee, Botlin, hier läuft's! Ja, hier läuft's wirklich! Ey, jetzt läuft's doch nur top! Das war mal ehrlich! Ich bin immer in Trouble! Ich bin in Trouble! Sola, Hilfe! Oh, guck mal, wo ich bin! Wann hast du, wann hast du Level 3? Ich hab jetzt W! Guck mal! Ah, shit! Hier! Hit! Die ist ein HP! Ich hit Pantheon! Ich hit Pantheon! Den hast du doch, oder? Weiß ich nicht! Ah! Ein Auto-Attack auf sie! Ah, die rennt weg! Schade! Aber ich kann das Freezen hier! Nee, nee, wir pushen die Werfer rein! Ich bin nach dem Glob Level 4, da kann ich Bot kommen! Ja, die ist ein HP! Ich probier Backport zu canceln! Ohne Flash! Ja, aber ich hab noch keinen E, deswegen! Das ist absolut illegal! Der Sidus muss ins Gefängnis zurück! Ja, ich komm bitte! Wie bad bist du eigentlich? Hä, was soll das los gerade? War aber jetzt auch sehr trocken, ne? Ja, das war wirklich! Mit 1 HP! Ja, und du kannst rein pushen in die Wave für Steins! So, und jetzt komm ich Top weg! Ich komm Mitte, ich komm Mitte! Ich komm Mitte, ich komm Mitte! Boah, der war halt ein Jarvan, aber ich würd' sagen nein! Jarvan ist Bot-Side! Jarvan ist Bot-Side! Jarvan ist Bot-Side! Jarvan ist hier! Jarvan ist hier! Vielleicht steht der da auch drin in Level-Charged und seine eigene Queue, ne? Endlich haben wir mal Jarvan! Was läuft hier für Mucke, Alter! So nehm ich! Hab ich kaum reingelaufen? Ja! Mit der Rollenverteilung hätten wir Devizen gestern besiegt, by the way! Ja, aber wirklich! Okay, okay! Oh, da ist er? Ja, ja! Aber ich glaube, der weiß! Der ist sehr defensiv, ne? Aber wir können den halt auch Diven! Das find ich gar nicht, muss ich sagen, ne? Er ist ein Poly-Dive! Ich seh' ich jetzt in Raptors into Mid-Gank! Also das ist halt schon ein Sign, ne? Hm, okay, Abbruch! Ja, wann könnte Dragon machen gerade? Abbruch! Aber ich setz' dir hier noch Wischen! Ich setz' dir noch Wischen hier! Super, aber ich fech' komplett ab! Aber wir sehen Jarvan hier! Ich komm Mitte jetzt! Du hast kein Damage! Ja, ja, ich bin Mitte da, ich bin Mitte da, ich bin Mitte da! Naja, ich hab' den gebaitet! Komm, rennt ihn runter, meine Jungs! Ich krieg' den Kiel wieder nicht, das gibt's ja nicht! Geiles Ding! Direkt baut weiter! Ja, 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 ja! Guck mal, Kaisel, guck mal, Kaisel! Die trollt komplett! 3 Sekunden eh! Pius, Pius, Pius! Ja, ich kann da nicht viel machen! Ich hab' da... Ne, das ist er doch einfach gar nicht, glaub' ich! Oh! Scientific Beat! Ich hab' auch gute Noise-Guiden, das wird'n guter Freeze für mich! Ich komm' auch runter noch, wenn ihr das Langsame spielt! Ja, das ist ultra langsam hier! Wie langsam? Richtig! Oh! Oh! Hey, der hat ja absolut Turbo gezündet! Oh! Oh! Ich bin auch hinter denen, ne? Die sind alle reingeflasht! Oh! 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 geile nummer aber egal ist fein okay first item was könnte ich da bauen jeden musiktampf spielen ihr habt euch auch der musik im blut party piers off seiner seraph wieder ja also ich komme direkt wieder top ja klar ist fantastischer wavestate warum seid ihr ach man ist ja auch scheißegal wieder diesmal habe ich habe ich auch einen sweeper hier am start top lane canyon ist am start die gegner ja also hier ist halt auch keine vision ich bin da ich bin da der hat keine und er hat keine 0 schade nächstes mal kommen wir ran ich denke einfach für dich ich bin tot du vielleicht auch aber der hat noch sehr gut also da muss ich aber jetzt auch mal hinterfragen ich habe gesagt dass er nicht ich habe auch nichts mitbekommen also ich habe nichts mitbekommen ja was für pressure ich krieg zwei platys wenn die da back dann ist das free ja ist mir egal ich kriege platys viel größer als lange nichts größer als soler wir machen das oh nein der ist im jungle ich war ich war gerade beim teamspeak einstellung machen bin habe ich so da ganz unfair warum ist jung und so broken warum kriegst du jeden kill immer scheiß kasswert lass mir weg die wave was soll das du hast 50 cs 22 ich war zwei level ab 20 cs hat ja die betonung liegt auf dem präteritum ja solo bolo unser support macht enemy ad carry platz und was ist mit unserem ad carry der wird gesolo okay ich habe die komplett gekillt ich bin mit dem kutcher kutcher rein 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 bist du denn ja 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 ich block die ult auch noch wo blockst du denn da die ult ja wenn der weg ultet jetzt lass mir bitte mal einen kill mann ich werd die fuchsig ja 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 ich move hoch ich move hoch ich move auch hoch überleb einfach bis wir da sind überleb bis wir da sind panther bei mir panther bei mir ich habe ignite noch drauf kutcher hol ihn dir was mach ich nicht ich habe kein dings ich habe kein dings ich habe kein dings ja kein dings ich habe kein dings das ist ein fucking supporter ich habe kein dings ich habe kein dings ja also der hat einfach angst vorm supporter ich verstehe die welt nicht mehr was soll das denn jetzt hier und dann regt er sich auf dass er kein dann regt er sich auf dass er keinen kill bekommt wirklich wenn er vor allem wegränt als z so ein schisser einfach ihr seid doch alles am sabotieren hier ja Pius ich verlängere die ult ok ja 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 Junge was machst du denn Pius ja ich habe die gesorgt das war eine sonne ulti holy shit ja gut gespielt ja oder ja man muss mal die wichtigen dinge sehen ja ja muss ich auch respektieren jetzt hier ja die kann doch nicht langlaufen geht in der midenfeld zack 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 ist sie tot ja jetzt mach mal mit dem Harald sein gut hoch Johnny ich höre nix ich hab Kucha muted na gut ich komm mit ich komm mit ich hab so einen leicht schneibigen Hals ey ja oh ich bin bitte da das ist nur ein supporter Kucha hab bitte keine Angst hab bitte keine Angst hab ich nicht hast du was Javan ist da oben du musst das dann auch treffen ne haha Kucha Kucha aber ich bin da mutig rengiger gefühlt oder im Brökschen im Brökschen im Brökschen das hätten wir halt auch dodging konnten Kucha Kühn 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 ja wir sind da wir sind da ja der hat vision ne also du musst jetzt da schon reingehen oh ja was macht ihr denn da Arsch geile Nummer aber ist auch schon ja geil das Solar Hacker im First Time und einfach 6-0 steht Jungle ist soo so schwer sooo einfach kurz Sänger geworden sooo hast du noch was ja ich tank ich tank ich tank nice kannst du mich hier abholen ähm ja ich wart ich geh einfach hier back dann Sidus will halt mein Arsch oh Sidus will mein Arsch ja geil hätte man doch nicht ahnen können dass er Vision ist ne der kommt rüber gebrettert hier dieses Pio ist eigentlich ganz so passiv aggressiv aber du bist dafür safe du bist dafür safe ja merkst du oder merkst du ich hab dich gerettet alles gut dafür sind Supporter ja da das macht unser Midlaner nämlich nicht ich krieg's doch die Botwelle mit mir ich bin ja auch Midlaner alles gut äh Dragon Island 2 geht's Dragon Island 2 okay und was was willst du mit der Information uns jetzt sagen was sollen wir damit machen Drake Drake genau ja das ist so gelogen Alter hier ist schon wieder Action ey warum ist schon unser Winter-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour ey Jarvan kommt hier Jarvan kommt hier ja ich komm zu dir ich komm zu dir der kommt doch nicht hin ich komm zu dir wie du brauchst Double was machst du denn das ist doch gut ja ist wirklich gut von unten Achtung von unten ich muss hier ich hab auch keine Ult Kutscher kannst du auch mit reinmogen ja ich hab auch keine Ult das ist sehr dumm also ich wollte dir helfen und sterb deswegen ja wir müssen topside raus ja oder du kommst einfach rechtzeitig Bordside raus nee ich muss ja noch einen Jarvan killen nee 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 das ist gelogen warum steht der Silus 6-4 was habt ihr mit dem gemacht man warum stehst du denn 0-3 weil Fisola mir alle Kids weggenommen hat das war ne richtig dicke Lüge holy shit na gut wenn du sie auf eine Rolle hinten sind verliert man ja das stimmt du hast vier Tore du Fettsack Mann ich werd hier komplett gecamt ich bin Weedside der Jarvan hat dreimal Toplane und ihr verkackt unten immer noch da kann ich ja also was heißt denn ihr ich spiel nicht mal unten ich spiel gerade alleine unten ja du machst einfach gar nichts Kutscher ich ult da rein ich ult da rein schade ich komm ich komm zu dir ich hab den Rücken nee die ist tot auf jeden Fall oh auf TP rauf oh guck mal guck mal hol ihn dir ich hab kein zweit ich hab kein zweit egal das haben wir trotzdem da kommt noch ein TP ne wir spielen das wir spielen das wir spielen das ne gar nicht wirklich nicht ey 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 ich geh doch mal rein Pferd ich hab nix Pferdchen wie haben wir denn den Mitzitzurm verloren ich hab mich auch schon gefragt Minute 14 was macht Kutscher denn Leute der Enemy Midlaner ist hier neben unserem T2 was macht ihr da wir kämpfen gegen nen dicken Sion ja richtig gut merke ich echt und jetzt kommt gleich der Silas und holt euch ab ja geh sterben Sola ey geh den geh den warum denn töte ihn ich hab nichts ich hab mich jetzt kommt der mir hinterher hier der Kettenmann ok haben wir den Drake bekommen ja ne Achtung 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 Ich hab auf den Chat geguckt ich bin safe safe Mega gut ja war gut richtig gut ja ja klar mega gut ich bin auch noch da ich hab den Rücken pierced kannst du irgendwas snaren oder so ne ich mach nicht so viel Damage ich mach Damage ok ich geh Hau wieder ab lass mich wieder alleine die ich besser wie kann unser Toplaner eigentlich nur 30 CS 40 CS Lead haben wenn der Sion basically ein Jungler ist er spielt einfach nur gegen einen Turm muss jetzt aber Johnny mal einen Schutz nehmen 40 CS ist doch gut ne was soll ich denn da machen ja warum nimmst du meine Raptoren soll ich den ausrauben oder was ja ich spiel doch First Strike komm lass mal jetzt hier was machen wir müssen Jungle Support Synergy machen ja ich helfe dir einfach ja wir sind da wir sind da ich bin auch da ne ja wir sind auch da ja guck mal ich hab Keiser hier ich hab keine Combo der Jarvan ich werd hier gechased ich ult da rein ich ult da rein ja doch ist gut ist gut ist gut kann ich das gute ist alles kommt auch noch mit meiner Ult ne Jarvan hier ja ich hab ihn ich hab ihn der Bastard ah illegal illegal ja doch nicht ja doch tötet ihn ich muss mal ein bisschen trust du aufs Pferd Sola hau den um du bist Jungler hab ich auch gemerkt gerade Sola mach doch mal was jetzt Sola denke ich ganz der ist AD Carry hier muss weglaufen vor allem oh wo ist er hin wo ist er hin wie ein Astronaut ich hebe ab ja weiß ich nicht einfach komplett welchen Champ spielt Johnny eigentlich ich hab ihn noch nicht einmal gesehen spielt Johnny überhaupt mit uns ich hab ja das Gefühl er spielt gegen mich aber das haben wir Johnny eingelangen in unser Team ich weiß auch nicht wer ist eigentlich Johnny wer ist eigentlich Johnny ich geh da rein ja ich geh da rein ich geh da rein ich hab halt nur kein Mana mehr ich mach halt absolut nichts ne das ist dann scheiße der turnt glaube ich gleich mit Ult oder rennt einfach weg oh ich komme komm her kannst du das tanken ja ich flach davor ohne Flash ja wär doch gut gewesen ja das hätte ich mal gemacht und wieso machst du es nicht so weil ich einfach nicht wollte ja hab ich gemerkt wie war ich jetzt von meiner Midlane ihr Schurken oh ich hab das Schild für dich geprockt haaa schade warte mal Sola hat gesagt von AD Carry getötet Phil Phantom hehehe 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 ich will wieder Solo-Botline das ist viel viel besser also Teamfight sind glaube ich trotzdem Free Elo sei wie es ist hofft man sich denn jetzt hier noch also ich hab actually richtig viel Damage cool sehr nice äh Midlane ist ein Free Kill falls jemand haben möchte ich bin aufm Weg ah ich geh doch Botlane lieber das sieht noch ein bisschen freier aus nixen Drake im Mako ist jetzt nicht so schwierig guck mal hier ist Jarvan Patea kommt auch der wird gleich runter der hat noch keine Ruhe ich kann ja hinten echt nicht helfen ne 1 HP of Jarvan irgendwas Pierce ja du kannst das bestimmt ich weiß das nicht ob ich das könnte der ist nur Bot gerade hey Kufias Mitte ich glaube ich komme immer in Sonja in dem Game ist es gut jo jo 10 Sekunden hab ich den auch so tot denk ich ich bin da ja oh hier Panchan ah hier ist ein Dings ich hätte er nicht gesehen ne ja dich hat er nicht gesehen guck mal das sah er nicht das sah er nicht der TP Mitte stark Sola Arschgeile Nummer Sola Arschgeile Nummer ich finde Jungle ist echt cool angenehmer Champion einfach warum haben wir den eigentlich nicht gespielt wer ist unser Drecksjungler mit so einem Kack Champion Pool ich komme rein Kucha ich hab dich gleich oh was oh mein Gott was macht der denn oh mein Gott was macht der denn ich komme zu dir Jarvan oh mein Gott ich also ich bin tot nee gar nicht also Johnny du musst langsam anfangen zu groupen glaube ich aber also ganz ehrlich wenn ihr da 40 Sekunden vor Drake sterbst oder 40 Sekunden vor Drake ja nochmal dann Drake ist ab ja jetzt ist zu spät die gibt er nicht mehr ey ich konnte ja nicht schneller wir müssen anfangen zu groupen sonst verlieren wir das Game ja 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 stimmt scheiße ich meine Johnny ist schon Level 13 der hat schon da was oben ja Johnny der ist genauso hohes Level wie sein Alter wow komm mal hier ah schön gespielt Johnny das ist ein Pios das bist du witziger ohne Witz mach dir mal ein bisschen Bett im Kornfeld an oder so damit du dir runter kommst ich komme hier gerade für ein Sign Nick ich habe ein kleines Problem ich glaube die gehen für Nash jetzt wir müssen mal gucken ich sehe jetzt zwischen ja da haben wir jetzt versucht zu groupen das hat sie jetzt nicht gehört ich habe Watt drin Alter Phil ist elf mal verreckt ja aber ich habe auch elf Kills und zwölf Assists also ich habe hier ja lass mal wirklich ja wenn wir zu fünftest über dem Map laufen nehmen wir easy ja du bist fast an allen Kills des Spiels beteiligt guck mal guck mal guck mal so viel mach was oh du bist so schlecht nein Junge sei leise wirklich was hast du denn da gerade gemacht an dem Nash hier einfach verreckt ja ich wollte eingehlt ich habe Hunter low gemacht Jarvan ist ein HP komm Pius 9k? ja Pius bist auch so schlecht ja ja galopp galopp Predator anwerfen hol alles hol alles raus aus dem Ferrari oh erst Hörer auf Sörer porf na ist noch was drin vorlieg oi 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 Yojoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyey corp Mitte. Da kommen die nicht klar drauf. Die haben noch einen Drake, dann haben die auch noch Wind is Soul, ne? Ja. Aber ist nur... Oh, guck mal, Kai ist der hier? Kein Ulti, kein Ulti. Mach mal die scheiß Mauer weg, Alter. Ja, verrecht dafür. Geht nicht, weil Phil alles sabotiert. Ja, Phil sabotiert das. Du kannst mit Phil einfach nicht spielen, das geht nicht. Nein, das, also, hä? Ja, das war halt ein Fortschnitt, dass du nach rechts gekickt wurdest, so. Aber der Kaiser Catch wäre halt insane gewesen. Mit W wärst du auch in Range gekommen. Ich glaube, die gehen für mehr, aber ja. Aber wir leben, also, ich leb in 10. Die haben keine Jarvan-Null, die haben keine Jarvan-Null. Äh, kann man hier was machen, oder? Ich bin alive. Keine Jarvan-Null, Keine Jarvan-Null, keine Jarvan-Null. Jarvan-Null. Jarvan-Null, jarvan-Null. Jarvan-Null, jarvan-Null. Nice. Ich bin auch gleich da. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ja, 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 ja. Hast du Seraphim-Null von denen? Äh. Ja, hab ich echt krass Seraphim-Null von denen. Den hab ich. Ja. Ne. Wir müssen da jetzt rein. Stopwatch, Alter. Ich mach Poke mit meinen Cues. Cool. Mach nen Trick. Wir müssen das smiten hier. Ich hab keinen smite. Ja, hab ich schon gedacht. Du hast halt nie smite, ne, wenn wir irgendwelche Objekte machen. Okay, aber wir sind noch im Game, Guys. Wir sind noch im Game. Ich mach actually richtig viel Damage. Ja, also ich würd dann jetzt mal splitpushen. Ja, also wir wollten jetzt groupen. Keine Win-Condition. Aber also das groupen ist halt, also... Also Front-to-Back können wir schon gewinnen, ne? Der Panthorn fällt ab. Hey, Pius, ich brauch 200 Gold. Alles klar. Und die haben mit seinen können die halt auch einfach reinlaufen, ne? Kann ich den group up actually, oder? So krieg ich den nicht? Pius, willst du mir auch mal was lassen? Hey, das hat das an Sona bekommen. Der läuft hier von Läden zu Läden und klaut einem die CS, ey. Ich hab die Rave heute, ne? Alter, oh mein Gott. Oh, das ist auch eklig. Chill, 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 chill. Ich hab Red Spät ab. Oh, gut. Ja, das ist actually insane. Das ist actually insane, ja. Easy fight. Easy fight. Ja, easy fight. Ich könnte hier wen up zoneen. Jetzt besser? Ja, jetzt wieder besser? Ja. Hinter uns TP. Hinter uns TP, guys, auf TP einfach. Oh, okay. Das ist gut. Aber das ist gut, das ist gut. Sein ult, sein ult. Front-to-back, 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 ja. Erstmal langsam raus. Ich bin mit auf Kaiser. Ich bin einfach instant gestunt. Ich war instant tot. Ich hab da ein Ulti bekommen. Zion-Ulti. Der Silus macht einfach viel zu viel Schaden. Oh, fehl. Junge, jetzt mach mal was. Oh, ist das so hässlich anzugucken. Warte, der trifft keine Q. Warte, der spielt doch mega gut. Ja, jetzt. Weiter, weiter, weiter. Ja, ich komm, guys. Ich hab das. Ich hab das. Beide low, beide low. Acht Sekunden noch Pius. Nice. Ja, das ist es. Oh, let's go! Wenn er gestern mal so gespielt hätte. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Good rake, good rake, good rake. Die können mit Pantheon ult backdornen. Da müssen wir aufpassen. Aber den Drake, der ist actually wichtig. Ja, ich renne da auch direkt hin. Wir haben auch noch Sion ulti. Wer lebt von denen? Sion ist nur da. Wenn du Smite hast, ist der easy. Das Problem ist halt wirklich, der Silus one-shottet mich einfach. Der one-shottet auch den Nexus, glaube ich, leider. Ja, ich glaube auch. Ja, actually? Ist ein Ding? Oh, okay. Nice. Was ist ein dummer Type, oder? Ich bleib mal in der Base stehen, ne? Falls da irgendwie... Ich brauche noch 150 bis... Ich nehme mir da, 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 da. Äh, meinte ich gerade jetzt Silus? Schade. Nee. Nee. Du gewinnst das niemals. Der Queen hat er auch noch. Pantheon ulti, Kerr. Pantheon ulti in die Base ist ein Ding. Sion ulti in die Base ist actually auch ein Ding, guys. Ich bleib hier stehen. Aber Sion hat gerade keine Ulti. Ja. Ich glaube, der Silus muss W auto attack auf dich bauen, du bist tot. Der muss auch erstmal rankommen für... Uh, okay. Ja. Ja, der ist guter. Nur Schild? Wird einfach gucken, dass ich den Silus ulti sobald er reingeht. Ich kann nicht, ich kann nicht first reingehen, das geht nicht. Ich mach da einfach mal ne Ult rein, mal gucken, ob wir irgendwas kriegen. Javan geht rein auf Javan. Ja, die sind, die sind gestern und die sind gestern und ein bisschen. Schön. Schön, 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 schön. Achtung. Silus Low, Silus Low. Einfach Kaiser, Kaiser Fokus. Ja. Kaiser Down, Kaiser Down. Wir haben das, wir haben das. Schön. Das könnte Nash sein. Nimmt den Sign noch mal weg. Ich hab den auch noch, ich hab den auch noch. Ich hab den auch noch. Okay, 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 okay. Ja, wir defen die Base. Ich komm zu dir, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Pius, wenn du Top TP für's Bounty? Ja, du fühle ich den Qual. Äh, ich komm nicht rein, ich komm nicht rein, ich komm nicht rein. Na gut. Das lief doch schön, wenn der Javan so auf. Oh, oh, oh. Krieg man dir noch irgendwie da raus in Nash? Ne, ne? Ne, aber mit Tower, mit Tower, mit Tower. Ja. Ja. Ich hab, ich hab keinen Mana. Ja, und eh richtig viel Kohle jetzt, ne? Ja, richtig viel ist auch ein bisschen übertrieben, oder? Bounty ist noch. Wollen wir trotzdem Nash starten und dann turnen? Ne, ich muss back auf jeden Fall erstmal noch. Ich glaub, wir können nicht aus der Base raus, oder? Können immer backbauen. Ja, mit seinen Pantheon haben die. Ja, aber so Silus, wenn der Pantheon wardet und Silus defeat, dann one-shotten die das trotzdem. Oh, Javan bei dir? Ich muss back, ich kann nicht helfen. Oh, die Pflanze. Er kriegt sie nicht gedrückt. Warum drückt er sie nicht? Ne, ich möchte nicht nehmen. Ne, die Schafe meine ich. So. Hätt's einfach auslösen können. Wenn die Nashen, oder wenn die finishen? Ich kann nicht die Kaiser irgendwo catchen. Hm. Ich hab halt kein Damage, um irgendwas zu catchen, leider. Ja, on my way. Ich kann jeden Nash. Vielleicht kann ich da ne Kombo landen, mit W. Wir lassen den immer Nash, glaub ich, oder? Johnny pusht einmal Bot aus. Ich glaub, wir gewinnen auch ohne... Der pusht mal Bot aus, Johnny. Ich klau den jetzt, Phil, ne? Ich hab Silus down. Perfekt, ich klau das jetzt. Schade. Wollen wir das feilen? Das hältst du die Feile, bitte, ne? Ja, ja. Das ist dead. Jo. Nice. Davon kann er uns ziehen. Pass auf den Seiten auf. Ich hab noch GA, ich hab GA, ich hab GA, ich hab GA. Ich hab halt nichts mehr. Okay, alle auf, alle auf Kaiser? Oh, ne. Lauf weg, Sola, lauf weg, oder? Ich glaub, die kriegst du nicht. Das ist jetzt die AD Carry. AD Carry ist so broken, wirklich. Das ist halt wirklich so. So broken. Ich glaub, der ist ja mit 15, gewinnt nicht gegen 16. Push, push die Wave raus. Nicht, dass die Silus dapede oder so. Das ist wirklich so. Ich glaub, ich... Soll ich mein Ward-Item verkaufen und rabatt uns oder so, wenn ich kann? Ja, mach. Aber ich... Ich brauch noch Müller. Nice of Wards in dem, ey. Wirklich? Haben wir noch einen Nash? Na, ich brauch noch sehr viel. Wie brauchst du denn noch? Ey, ich brauch noch 1.800. Das bringt ja gar nichts, das hier zu verkaufen. Das ist ja so ein Müll-Item. Ja, das ist Sinn dahinter. Dass man sich wieder kauft und dann verkauft. Ey, kann ich blue oder es blue auf dir besser? Wollte ich nicht schnell machen? Also... Da hab ich halt mehr Cooldown, ne? Das ist eine Minute auf Drake, ne? Mehr Schilde? Also ich glaube... Ja, einfach, nimm einfach. Ja. Wahrscheinlich hier... Doch auch. Ich brauch jemand anderes aus. Ja, da der. Sylas ist ja gleich. Ne, der Sylas ist ja gleich. Pass auf. Wollen wir irgendwo catchen oder sowas? Ich kann maybe wen one-shotten. Wenn ich mich... Wenn ich mich hier rein stelle? Oh, Scheiße. Oh, come on. Let's skip it nicht. Jarvan auf der Krabbe. Ich muss hier rein, ich muss hier rein. We groupen. Ich mach da mal ne Wand hin. Die können nicht nach... Sola ist drin, Sola wird angegangen. Ich hab Sylas auch noch. Fokus, Sylas. Ich komm hier nicht rein in die... Ich geh auf Jarvan. Sylas hier noch hinten. Äh, ich mein Kaisa. Ich hab Kaisa. Nice. Nice. Scheiße. Falschrichtung geflasht. Okay. Mit der Push? Ist es maybe game, wenn wir pushen? Kann ich nur Sola callen? Ahhhh. Ich hab gar nix hier. Ich bin gleich da. Ich bin tot, leider. Okay, wenn Sola sagt, es ist niemals game, game for end guys. Ja, actually 23 Sekunden. Kann wer hier Mitte sein oder ein Ding? Da kann wer hier heute. Panthea und der Öl, ne? Panthea und der Öl. Ich hab oben große Wave. Wenn du zu mir kommst, kriegen wir ja... Ja. Ich komm zu dir. Ja, wir müssen aufpassen. Ich kann dich covern vor dem da quasi. Schönes Ding. Ich hab noch Ignite auf dem. Sion ist jetzt da. Sion ist jetzt da. Hast du mal auf jetzt, ne? Ja. Es geht raus, geht raus. Ja, ich muss raus, ich muss raus. Aber ein bisschen beat, Marbet. Alles gut, alles gut. Hier können die... Oh, Sylas ist die beat bei mir. Uhuhuhuhu. Run. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Okay. Nice, ich hab Rabadons im Base. Ich brauch noch 300 Gold, dann hab ich Anti-Heal. Boah. Hat actually niemand gekauft von euch. Arschgeil nochmal. Ja, ist ja auch ein gutes Item auf dir als erstes vielleicht, ne? Ja, ja. Das stimmt auch. Okay, Geist, wir haben keine Wards mehr, aber dafür büllere ich nochmal mehr. Ich kaufe, das ist gut. Das klingt halt einfach nur noch... ...Tack-Move machen. Zwei... Zwei... Zwei Vierer-Tack-Speed? Du hast ein bisschen viele Tech-Speed gekauft. Das ist ein bisschen schwierig für mich. Lass mir die Web. Lass mir die Web. Ja, äh, äh, äh. Ich hab 43, da kam es 6. Das ist ein bisschen 3 und 40. Da kam es dann 6700 Schatten. Alle executen einfach bei 80% alle. 6.770. Sola Splinter hat 900. Oh, dafür war ich ziemlich schnell. Ja, das stimmt. Äh, können wir wieder irgendwo vielleicht catchen? Ja gut, ich hab keine Wards mehr, aber... Einfach Mitte fighten, wir gewinnen. Oh, Jarvan war hier. Die haben keine Wissens auf mir. Ich kann da rein ulten, aber... Oh, der Pantheon wird hier gecatcht. Sion auch? Oh, Vision. Okay, nice. Wie haben wir denn da einen Vision-Verlust gehabt? Nee, der hat geflasht. Der war still nicht weit genug drin, der pink. Ja. Oh. Oh mein Gott. Oh. Ich bin tot. Scheiße. Oder du dich? Nee, ich mach gar nichts mehr, leider. Hol die Wave. Achso, wir haben okay die Türme mehr. Unselig. Pius, mach das jetzt. Party Pius, komm. Du hast das, Pius. Party Pius. Poor Hitmix ist an. Ah. Ah, fuck. Ja, ist wunderbar. Scheiße, man. My bad. Seines macht so viel damage, Alter. Ich wurde richtig zerberstet einfach nur. Ah, das sieht gut aus, Pius, actually. Also du hast das, glaub ich, noch. Ja. Ich mach ja leider die Damage. Wenn du jetzt noch ein bisschen mehr Schaden machst, quasi auf den Rauf. Was ist der Junk für ne Broke-Rolle? Junk ist wirklich disgusting. Ja, ich hatte Spaß. Ich nicht. Scheiße. War ein geiles Game, aber. Total runtergerannt, Alter. Das war das erste Playoff-Game. Ich bin Gold 3 gerankt worden. Klasse. Ich bin Diamond 2. Aber ich muss sagen, das Niveau in den Playoffs ist echt beeindruckend. Die Mitteln zieht dich, ey. Jetzt alle Phil oder was?